Hallo, Microsoft durfte sich seit dem Erscheinen von Windows 10 eine Menge Kritik anhören darüber, dass sie zu viele Daten von den Rechnern der Nutzer abziehen. Und mit dem vor kurzem erschienenem Update, dem Creators Update bzw. Redstone 2, will man nun den Bedenken Rechnung tragen. Indem man einen einfachen Punkt erstellt, bei dem der Nutzer zwischen zwei verschiedenen Modis bezüglich sogenannter Spy-Funktionen wählen kann und Informationen darüber gibt, was denn genau von Windows an Microsoft übertragen wird. Den entsprechenden Punkt, den finden Sie über alle Einstellungen. Dann haben wir hier Datenschutz, dann scrollen wir hier runter, Feedback und Diagnose und da können wir hier zwischen einfach und vollständig wählen. Welche Informationen im entsprechenden Modus an Microsoft geschickt werden, hat man auf einer Webseite zusammengefasst. Link natürlich in der Beschreibung. Und während die Informationen über den vollständigen Modus auch recht umfangreich sind, sind die Informationen über die Grundfunktion nicht besonders ausführlich. Jedenfalls nicht so, wie man es sich erhofft hatte. Microsoft sagt lediglich, dass nur die Daten übertragen werden, die absolut notwendig sind, um die Stabilität von Windows zu garantieren. Dazu werden die entsprechenden Hardware- und Softwareinformationen übertragen, also zum Beispiel, welcher im Haustreiber genutzt wird, wie viel RAM installiert ist und so weiter und so fort. Im erweiterten Modus, da geht es dann schon richtig zur Sache, was da alles übertragen wird. Auch, wie schon gesagt, Link in der Beschreibung. Da kann man dann schön nachlesen, dass zum Beispiel halt Prozessor, Firmware-Typ, Arbeitsspeicher, Festplatten, Speicher, Batteriestatus, sogar Gehäuse-Typ, Farbe- und Formfaktor soll übertragen werden. Wie mein Windows weiß, in welcher Farbe es steckt bezüglich des Gehäuses, weiß ich nicht, steht hier aber drin. Weiter geht es mit der Kamera. Wo zeigt die hin? Wie viele Monitore sind am Rechner? Welche Apps sind als Standard angewählt? Welchen Browser nutzen sie? Welche Sprache ist eingestellt? So richtig ins Eingemachte geht es dann bei der Produktnutzung. Mit welchen Apps und Windows-Programmen arbeitet der Nutzer? Wann und wie oft wird welche App gestartet? Welche App läuft im Vordergrund? Welche App läuft im Hintergrund? Wie lange arbeitet der Nutzer mit der App und wie interagiert er mit ihr? Wie sieht das Startmenü aus? Welche Anwendung haben sie angepinnt? Und weiter geht es mit den Inhalten. Zum Beispiel, wenn Sie Filme schauen. Höhe, Breite, Farbtiefe, ob der Player im Vollbild läuft oder nicht, wird alles übertragen. Natürlich auch bei Musik. Die Anzahl der gekauften Lieder, die Anzahl der Playlisten. Welchen Text Sie in die Adressbar eingeben oder in die Suchleiste, wird alles übertragen. Und natürlich auch den Text, mit dem Sie Cortana füttern. Sollte bei einem der zuvor genannten Eingaben ein Autocomplete geliefert worden sein, dann wird auch das Autocomplete mit übertragen. Okay, zumindest Letzteres ergibt ja auch durchaus Sinn, da die Eingaben eventuell nur unvollständig sind und erst durch Autocomplete vervollständigt werden. Das war jetzt natürlich nur ein kleiner Einblick. Wie schon gesagt, Link in der Beschreibung. Also ja, Microsoft hat Klarheit da reingebracht, welche Daten übertragen werden. Ob die Kritik nun abreißen wird, ist natürlich eine andere Frage. Können Sie ja in die Kommentare packen. Okay.